Hier steigen wir aus und gehen mal an Bänden zu Klauseln. Kannst du sagen, der Bus muss 360 gut sein? Kannst du fahren? Ja. Jetzt brauchst du ihn. Denkst du auf rechts? Ja, ich bin nicht dran. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Hier ist es gut. Wie weiß man es bei Jens? Wie weiß ich es bei Jens? Was wollen sie hier? Ja, ich habe es doch. Was ist denn? Ich habe dir noch gesagt, oder was? Hier ist es gut. Es geht anders um den Kreis. Da ist es gut. Hier ist es gut. Hier ist es hin und hin und hin. Guck mal, da hinten ja auch hier, wie fließ es? Da ist eine stimmende Krankheit da unten. Wie heißt denn Püffel jetzt? Ja, du fährst auf. Ja, du fährst auf, ja. Also schwarz gefällt. Guckst du, ne? Du, wie die sagen, die Katze guckt nach der Gasse. Oh, hier. Kuscheln miteinander, weil die Angst vor einem bösen Wolf machen. Da kannst du glauben doch. Zicker Ende. Zicker Ende. Kick in. Campingplatz. Pritzwald. Campingplatz. Ne, hier ist Ende. Ja, das ist der Campingplatz. Geil. Verwirte. Ja, Wasser, da wollte ich so ein bisschen weg. Ja, da wollen wir auch reinfangen. Ja, da wollen wir auch reinfangen. Campingplatz. Heute haben wir was auch, oder? Da wollen wir auch ausladen. Ja, da wollen wir auch mal reinfangen. Das ist der Campingplatz. Echt? 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 Echt, dad oder? Echt? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017